Einen schönen guten Abend, liebes Publikum. Seien Sie ganz herzlich willkommen hier beim Kultursommer im Jüdischen Museum Berlin. Es ist ein wunderschöner Anblick von der Bühne aus, hier in Menschengesichter physisch live zu schauen, die unter diesem wunderbaren Platanenwäldchen sitzen. Aber ich begrüße natürlich auch unsere ZuschauerInnen vor dem Bildschirm. Schön, dass Sie sich da zugeklickt haben. Ja, mein Name ist Shelley Kupferberg. Ich habe das Vergnügen, heute ein wenig über die Vielfalt jüdischen, religiösen Lebens in Deutschland zu sprechen, mit unterschiedlichsten und allesamt unglaublich interessanten ProtagonistInnen dieser Szene. Jüdisches Leben in Deutschland. Es hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten da wirklich sehr, sehr viel getan. Es hat sich enorm entwickelt, so dass wir heute eine vielstimmige, eine lebhafte und vor allem diverse Gemeinschaft in diesem Land vorfinden. Und einen kleinen Einblick dessen wollen wir Ihnen an diesem Abend gewähren, in dieser wunderbaren Reihe des Kultursommers von liberal bis orthodox. So haben wir diese Runde übertitelt und begrüßen Sie mit mir ganz herzlich auf dem Podium zunächst die Direktorin des Hauses und die Gastgeberin Hettie Berg. Ich freue mich des Weiteren, dass wir heute hier haben Ita Afanashev, diplomierte Juristin, sie ist Direktorin der J-Cademy, Director for Outreach bei Lauda Jescherun und Rebbitzin der jüdischen Gemeinschaft Hannover. Herzlich willkommen. Hallo Ita. Sveta Kundisch, liebes Publikum, hat eine wahnsinnig tolle Stimme und Sie werden heute das große Vergnügen haben, Sie auch singen zu hören. Zuvor aber erst einmal sprechen. Sie ist Chasanit, sie ist also Kantorin der jüdischen Gemeinde Braunschweig und sehr vielfältig unterwegs, wenn es um Chasanut, also um jüdische liturgische Gesänge aller Art geht. Herzlich willkommen, Sveta. Ich freue mich sehr, dass wir Andreas Nachama bei uns haben. Wenn ich ihn jetzt ausführlich vorstellen sollte, dann würde das ziemlich lange in Anspruch nehmen. Dieser Mann hat eine unglaublich spannende Vita. Vor allem ist er ein echtes Urgestein der Westberliner jüdischen Gemeinde, ehemaliger Gemeindevorsitzender. Ich hatte das große Vergnügen, mit Ihnen bei den jüdischen Kulturtagen zu arbeiten. Er ist Rabbiner der Synagogengemeinde Sukkatschalam und als solcher interessiert er uns vor allem heute. Andreas, ich grüße dich. Hallo. Sie haben es sicherlich mitbekommen. In den letzten Jahren sind unglaublich viele Israelis nach Deutschland, vor allem nach Berlin gekommen. Erzähle ich Ihnen jetzt was Neues? Nein, glaube ich nicht. Aber auch dadurch hat sich jüdisches Leben hier nochmal ganz neu gezeigt und ganz neue Ausformungen auch angenommen. Und einer derjenigen, der hierher gekommen ist, ist Deckel Peretz, den ich ganz herzlich begrüße. Er ist nicht nur Historiker, sondern er ist Vorsitzender des jüdischen Zentrums Synagoge Frenkelufer und heute bei uns. Deckel. Shalom. Und ich freue mich sehr. Von weitem angereist, aus dem fernen Dresden, Akiva Weingarten. Eine wahnsinnige Biografie, auch die würde den ganzen Abend sprengen, aber er hat mir verraten, er schreibt gerade über diese Biografie. Darauf freue ich mich jetzt schon. Er ist Rabbiner der jüdischen Gemeinde in Dresden und Basel und Gründer von BESCH, Zentrum für jüdisches Leben und Kultur in Dresden. War einst ultra-orthodox, jetzt ist er, na das wird er uns gleich selbst verraten. Akiva, schön, dass du da bist. Das Ganze, das darf ich Ihnen jetzt schon vorab verraten, wird so sein, dass Sie sagen, was? Schon zu Ende? Ich wollte gerne noch ein bisschen mehr wissen. Das ist wirklich nur so eine kleine Nummernrevue dessen, was jüdisches Leben in Deutschland heute sein kann. Wir wollen so ein kleines Schlaglicht auf unterschiedliche Strömungen und Bewegungen hier setzen. Und ich würde aber gerne Hetti Berg erst mal fragen, welche Idee steckt denn genau hinter der Veranstaltung? Welche Verbindung dieses Themas gibt es zu dem Haus, zu der Dauerausstellung? Ja, zuerst bin ich natürlich ganz, ganz froh, dass Sie alle hier sind und es ist so ein Vergnügen hier wieder vor Ort, Veranstaltungen zu haben. Diese Veranstaltungen sind im Rahmen unseres 20. Jubiläums dieses Jahr. Das Haus war in 2001 geöffnet und natürlich hätten wir das ganz groß feiern wollen. Das ist nicht möglich. Und deswegen haben wir diese vier Sommerveranstaltungen hier im Garten organisiert, wo wir jedes Mal ein Thema aus der noch immer ganz neuen Dauerausstellung, die Sie hoffentlich alle schon gesehen haben oder nochmal sehen würde, aufgreifen. Und eine der großen neue Themen dieser Dauerausstellung ist auch der Religion und das jüdisches Leben heute. Das war auch wirklich ein Thema, das mein Vorgänger Peter Schäfer gesetzt hat, weil der Tora ist natürlich das Zentrum und der Kern des Judentums und das geht durch die ganze Geschichte. Und auch um unseres Publikum noch viel mehr damit bekannt zu machen, was das jüdisches Leben heute ist. Das sieht man auch in einem Film, in der Dauerausstellung. Aber hier ist es natürlich viel schöner, um die Menschen live sprechen zu hören. Ja, vielen Dank, Hetti. Ich gehe jetzt in das kollegiale Du über. Das Verrückte ist ja in so einer Gemeinschaft, man kennt sich meist. Und wenn nicht direkt, dann indirekt. Aber so ist es auch in diesem Fall. Es gibt verschiedene Verbindungslinien. Und ich würde gerne, bevor wir so ein bisschen detaillierter abklopfen, welche Strömungen es im religiösen jüdischen Leben in Deutschland gibt, von euch nur ganz kurz ein, zwei Begriffe hören. Andreas, wenn du dich einordnen würdest, liberal bis orthodox, was bist du für ein Jude? Netter sowieso, ein kluger, das ist völlig klar. Aber religiös gesehen, wo siehst du dich da? Ja, ich würde mich als progressive bezeichnen. Aber wenn es dann diese Schubladen sein sollen, die es da so immer gibt, dann Reform. Progressive Reform, ich wiederhole. Sveta Kundisch. Absolut Reform. Absolut Reform. Akiva Weingarten. Ich würde sagen, post-denominational. Sie merken schon, es ist kompliziert. Vielen Dank. Dann gehen wir mal weiter. Ita. Also ich würde sagen, orthodox geworden. Ich bin nicht religiös aufgewachsen. Das ist etwas, zu was ich gekommen bin. Also ja. Es gibt da auch, es ist keine Einbahnstraße, den einen Weg und den anderen Weg. Das haben wir auch gerade schon zwischen den Zeilen erfahren. Deckel, wo siehst du dich? Also persönlich bin ich Israeli. Und das wurde ich als, zwischen irgendwo zwischen traditionell, säkulär, es hängt auch oft vom Gegenüber ab. Man ist auch flexibel, wie sie hören und sehen. Hetti, wie steht es um dich und dein Judentum? Auch progressiv. Und in den Niederlanden sagen wir liberal. Und das heisst wieder etwas anderes als hier, glaube ich. Das ist auch sehr kontextgebunden. Aber ich fühle mich auch in andere Synagogen und Kontexten zu Hause. Interessant. Also Sie kriegen schon einen Eindruck dessen. Das ist ein Kaleidoskop, so könnte man das vielleicht nennen. Mit Andreas Nachamer würde ich tatsächlich mal ein bisschen beginnen als Berliner Jude und jemand, der das Geschehen wirklich seit vielen, vielen Jahren aktiv mitgestaltet. Ich sagte schon, ehemaliger Vorsitzender der jüdischen Gemeinde zu Berlin, liberaler Rabbiner, künstlerischer Leiter der Kulturtage, die Juder ist, Historiker. Welche Entwicklung beobachtest du denn da in den letzten Jahren? Wie sehr hat sich das jüdische Leben in religiöser Hinsicht nochmal ausdifferenziert? Naja, es ist viel bunter geworden. Das würde ich erstmal als Grundströmung sagen. Und bunter geworden heißt, es gibt mehr Angebote auch auf der konservativen und auch auf der orthodoxen Seite. Aber es gibt eben auch egalitäre und andere progressive Zirkel. Und ich glaube, in Berlin gibt es elf Synagogen und dann noch vielleicht nochmal drei, vier, fünf verschiedene Gebetskreise. Also wenn man das so zusammenzählt, kommt man vielleicht knapp auf 20 Minjanim. Und das finde ich schon, wenn ich das mal vergleiche, zu der Zeit vor 50 Jahren, 300 Jahre jüdische Gemeinde, 1971. Da gab es drei Synagogen in West-Berlin und das war es. Also da hat sich sehr, sehr viel entwickelt. Und das finde ich ist das, wo ich sagen würde, da kann man wirklich mit einigem Stolz drauf blicken, weil es sind so viele, die daran partizipieren. Es ist nicht eben eine oder eine, sondern es sind eben viele. Wenn du jetzt auf deine eigene Gemeinde schaust, zu Katschalom, wer kommt denn da hin? Was sind das für Menschen? Welche Ausrichtung hat das Ganze? Interessanterweise sind es auch viele Israelis, die nach Berlin gekommen sind. Das ist ganz merkwürdig, dass sie ausgerechnet zu mir kommen. Aber gut, das sind die einen. Und dann sind es doch zwei Gruppen, von denen man sagen kann, die machen den Kern der Gemeinde aus. Das eine sind relativ junge Familien mit auch kleineren Kindern. Wir haben also unter den 300 Mitgliedern, die die Gemeinde ungefähr hat, jedes Jahr drei, vier Bar- oder Bad Mitzvah-Kinder. Das ist natürlich schon viel, prozentual gesehen. Und es gibt daneben, weil das in einem Seniorenzentrum ist, gibt es auch einige von den Oldies, die da hinkommen. Was ich ganz witzig finde, dass da zum Beispiel eine über 80-jährige Frau sich dann ein Talis zugelegt hat und gelernt hat, wie man eine Brachah sagt und wie man aufgerufen wird zur Tora. Das finde ich schon bemerkenswert, dass das am Ende dann auch Menschen mitnimmt, die eigentlich eine ganz andere religiöse Sozialisation hinter sich haben. Und das zeigt einfach, dass der Weg vielleicht dann doch einer ist, der nicht nur für diejenigen gut ist, die das mal angestoßen haben, sondern auch andere anspricht. Die Brachah, also ein Segensspruch, um das nochmal vielleicht zu übersetzen an der Stelle. Ja, vielen Dank für diesen Einblick erst mal. Ita Afanasif, du machst wirklich unglaublich viel. Das ist total faszinierend. Nebenbei gibt es auch noch fünf Kinder. Die sind auch eher noch im Kleinkindalter. Also auch das wird nicht langweilig, schätze ich mal. Aber ich habe schon gesagt, diplomierte Juristin und vor allem auch Initiatoren und Mitbegründerin eines jüdischen Bildungsprogramms, muss man sagen, das du auf den Weg gebracht hast. Weltliche Bildung und Orthodoxie, jüdische Werte. Wie kommt denn beides in diesem Programm zusammen? Was ist das genau? Ja, also das Programm, das ich initiiert habe und im Moment noch leite, heißt J Academy. Das ist ein jüdisches Gap-Year für Jugendliche aus ganz Europa. Sie kommen für zehn Monate nach Berlin. Und als Antwort auf deine Frage, ich wüsste gar nicht, wie man das nicht verbinden würde. Das ist etwas, was wir aktiv leben. Das ist etwas, was sich sehr miteinander nicht nur verbinden lässt. Das ist einfach so, dass man einfach anstrebt, in jedem Lebensbereich einfach ein gewisses Maß an Exzellenz zu erreichen. Und das, was gemacht wird, und ich denke, das ist eine der Sachen, die sich so im jüdischen Landscape geändert hat in den letzten Jahren, dass es sehr viel professioneller geworden ist auf allen möglichen Ebenen, dass jetzt Marketing-Tools angewandt werden, um für Programme zu werben, dass Leute, die Sachen machen, jetzt nicht einfach dort arbeiten, weil sie schon immer dort gearbeitet haben, sondern wirklich ein professionelles Skillset mitbringen, um diese Sachen erledigen zu können. Und das ist das, was wir den Jugendlichen zeigen möchten. Das ist professioneller Erfolg und eine traditionelle Art zu leben. Das ist kein Widerspruch. Gibt es uns mal ein Beispiel? Was kann das so sein zum Beispiel? Was suchen die Jugendlichen bei euch genau auf? Also ich denke, dass das, was Jugendliche suchen, und was sie schon immer, wir arbeiten schon seit über 20 Jahren in jüdischer Bildungsarbeit in Deutschland, es ist ein, ich würde sagen, das, was wir alle suchen, und es ist ein Versuch nach Sinn zu suchen, wer bin ich, wie interagiere ich mit anderen Menschen. Und die Art und Weise, wie ich das Programm aufgebaut habe, ist nach dem bekannten Buch von Stephen Corby, Seven Habits of Highly Effective People, wo wir diese Bereiche gehen, ich und ich selbst, ich und die anderen Menschen, ich und die Gemeinde. Und wir sehen tatsächlich, dass in der Halacha, im jüdischen Gesetz, auch diese Bereiche wiedergespiegelt sind. Man kennt meistens das traditionelle Judentum in irgendwelchen rituellen Sachen, das darf man essen, so muss man sich kleiden, so und so muss man beten. Aber es ist auch ein riesiger Bereich des Judentums, der mit zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun hat. Wie kritisiere ich jemanden, wenn überhaupt richtig? Darf ich kritisieren? Wie gebe ich richtig ein Kompliment? Wie nehme ich ein Kompliment an? Es gibt zu allen möglichen Bereichen wirklich Antworten. Und man sieht einfach, dass Menschen nach diesen Antworten suchen oder bereit sind, zumindest sich das anzuhören und auf das eigene Leben so ein bisschen anzuprobieren. Und das ist wirklich ein Privileg für uns. in so einer Arbeit tätig zu sein, weil Menschen wirklich inspiriert werden und ihr Leben weiterbringen. Und das sind dann wahrscheinlich auch alles Menschen, die vorhaben, auch nach dem Judentum irgendwie ihr Leben auszurichten, richtig? Eigentlich nicht. Also ich glaube, dass die meisten Menschen, die mit Judentum in Betracht kommen, nicht sagen, ich möchte jetzt gerne traditionell werden. Ich habe das auch nicht gemacht. Ich war sehr antireligiös, als ich das orthodoxe Judentum kennengelernt habe. Und mein Zugang war so, dass ich gedacht habe, ich muss mir jetzt intellektuell beweisen, dass es falsch ist. Und dann je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, merkte ich, wie tief und unglaublich relevant das für das alltägliche Leben ist. Und ich sehe, dass das ist genau das, was unsere Studenten durchmachen. Die sitzen im Unterricht in den ersten zwei Wochen und sagen, wow, ich hätte nie gedacht, dass das Judentum ist. Ich hätte nie gedacht, dass es so interessant, so spannend und so wirklich emotional berührend ist. Interessant. Was du als Rebbitzen sonst so machst, darüber reden wir dann ein bisschen später. Deckel Peritz, auf dich würde ich gerne zu sprechen kommen. Du befasst dich auch als Wissenschaftler mit jüdischen Themen. Darauf werden wir heute nicht ganz so eingehen können, aber eben auch ganz praktisch aktiv. Und diese Seite wollen wir so ein bisschen beleuchten im jüdischen Zentrum der Synagoge Frenkel-Ufer, hier in Berlin-Kreuzberg. Eine sehr schöne Synagoge. Das ist eine ziemlich junge, eine bunte Gemeinde. Kannst du uns ein bisschen berichten, was für Aktivitäten ihr da in den letzten Jahren auf den Weg gebracht habt und vor allem warum? Die Frenkel-Ufer-Synagoge ist besonders, indem es von den Bäterinnen und Bäteren aus sehr stark gestaltet ist. Es hat auch Tradition. In den letzten acht Jahren sind wir eine wachsende Gruppe von jungen Menschen, die Aktivitäten von religiösen Aktivitäten wie Schabbat essen, wie Lerneinheiten, wo nicht Rabbinern lehren, sondern die Gemeinde selbst. Also wir lernen voneinander zu Feiertagprogrammen, Kulturprogrammen, Familienprogrammen. Und in den letzten acht Jahren ist diese Synagoge gewachsen. Vor acht Jahren war es eigentlich vom Aussterben bedroht. Es sah aus, als die Synagoge schließen wird. Und heute haben wir hunderte von Menschen, die zu Feiertagen kommen, die eigentlich in der Umgebung leben. Also ein lebendiges Kreuzberger, Friedrichshainer Judentum. Das ist spannend. Unsere Arbeit ist auch darüber hinaus gewachsen. Seit drei Jahren haben wir auch ein weiteres Projekt. Und das ist der Wiederaufbau der ehemaligen Hauptsaal der Synagoge. Das war vor dem Krieg und Holocaust eines von Berlins größte Synagogen. Und das ist eigentlich das jüdische Zentrum Synagoge Frenkelhofer. Wir haben zwei Sachen. Es gibt einmal die Synagoge und die Gemeinde dort. Und das jüdische Zentrum Synagoge Frenkelhofer ist dieser Wiederaufbau, in dem wir einerseits Räume schaffen für diese wachsende Gemeinde, aber andererseits auch Räume für Kultur, jüdische Kultur und für jüdische Gemeinschaft. Und wir haben ein bisschen das Ziel, wie man sagt, wie das jüdische Museum. Wir sitzen hier und es geht um die Diversität vom jüdischen Leben. Und dort, so wie hier, ist es nicht mehr museal. Also das jüdische Museum macht das schon über museal hinaus. Und unser Zweck ist wirklich dort eine Adresse zu haben, wo man diese Diversität sehen kann und empfinden kann und wo Juden aus verschiedenen Richtungen kommen können, um Sachen auch untereinander zu diskutieren. Nicht nur auf einem Panel, sondern auch unter sich. Und das ist dieses Zweifel. Gibt es da ein Bedürfnis? Also sich auch sozusagen unter Juden zu begegnen und über Dinge zu sprechen, über Dinge zu diskutieren. Was sind das für Menschen, die ihr da so vereint? Wie Rabbiner Nachama vorhin gesagt hat, die jüdische Gemeinde in Berlin ist unglaublich gewachsen in den letzten 20 Jahren. Das sind Menschen aus Israel, aus der ehemaligen Sowjetunion, aus Südamerika, aus Australien, aus verschiedenen europäischen Ländern. Das ist eine riesige Diversität. Und diese Menschen kennen einander eigentlich gar nicht. Sie bewegen sich in verschiedenen Räumen. Und wir versuchen mit innovativen Projekten und Ideen, die eigentlich von diesen Gruppierungen auch kommen, Projekte auf die Beine zu stellen. Zum Beispiel gerade haben wir ein Freiluftkino im Garten der Synagoge. Hier ist eine kurze Werbepause. Bis zum Rosh Hashanah, also 2. September, konnte jeder Donnerstag kostenlos in der Synagoge jüdische Filme anschauen, die in Deutschland gemacht sind. Also es ist Teil dieser 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Und es ist erstaunlich, dass es so viel tatsächlich da draußen gibt. Ich habe es nicht geglaubt, als wir angefangen haben, das zu planen. Und da gibt es auch diese Möglichkeit, eine innere jüdische Diskussion über diese Filme gemeinsam mit Nichtjuden aus der Nachbarschaft, die Interesse haben an diesen Themen. Wir haben jetzt auch ein Künstlerfellowship, wo acht Künstlerinnen und Künstlerinnen zusammenkommen, um jüdische Texte zu lernen und das in Ausstellungen auszudrucken, das Gelernte. Und da sind einfach andere Zugängsweisen, die den Juden, aber auch die allgemeine Gesellschaft offen ist. Das heißt LABA. Und diese ganzen Projekte werden in der Zukunft auch in diesem neuen Haus angesiedelt werden. Also ein sehr, sehr buntes, sehr reichhaltiges Programm. Und Sie merken schon, da ist wirklich unglaublich viel Musik drin. Musik ist vor allem drin, wenn Sveta kundisch ihre Stimme erhebt. Kantorin der jüdischen Gemeinde Braunschweig, ausgebildete Sängerin, Pianistin. Sie hat jüdische Musik studiert, Musikwissenschaften. Und ich sagte schon, wir werden später ja auch was dann hören. Du bist auch kulturell sehr viel Sveta auf diesem Weg unterwegs. Beim Jiddisch-Sommer in Weimar zum Beispiel oder dem Städtel Neukölln hier in Berlin. Da gibt es ja unglaublich viele Initiativen. Eigentlich so eine weltweite jiddisch Musikszene. Unglaublich faszinierend. In den USA gibt es die schon seit langem. Irgendwann schwappte das Ganze auch rüber nach Deutschland. Wo verbinden sich denn für dich als Kantorin all diese jüdischen Strömungen, von denen wir jetzt hier gerade gehört haben? Gute Frage. Ich bin in einer sehr atheistischen Familie geboren. Und in einer Armee-Familie sogar. Und Judentum erst dann entdeckt, als ich Israel eigentlich verlassen habe. und erst nach Österreich, nach Wien, ausgewandert bin. Und dort habe ich mir diese Frage gestellt, was heißt das, jüdisch zu sein? Das hat mich zur jüdischen Religion gebracht, zum jüdischen Lied und zum Kantorenberuf. Das ist eine kurze Antwort. Aber diese Vielfältigkeit, von der wir hier sprechen, das finde ich im Judentum wunderbar. Das ist eine Religion, die sich seit Jahrhunderten weiterentwickelt und niemals stillsteht. Wieder weiter. Genau wie jüdische Kultur überall in der Welt. Diese verschiedenen Farben, Mosaiken, Vielfältigkeit, verschiedene Sprachen, verschiedene Gebete, verschiedene Melodien. Das gehört alles dazu. Das ist für mich auch die gleiche Welt. und meine Großeltern wurden sehr religiös aufgezogen. Sie haben jüdische, traditionelle, religiöse Ausbildung bekommen. Mein Urgrossvater war ein Kanto in einem kleinen Städtel in Ukraine. Und dann wurde diese goldene Kette gebrochen, wegen historischer Ereignisse. Deswegen für mich ist es wie so ein Tikkun in meiner eigenen Familie. So eine Reparierung. Ich weiß nicht, wie sagt man? Man sagt, ja, etwas zu reparieren. Genau. Weil ich dann nach Hause zu meiner Familie in Israel fahre und mit ihnen zum ersten Mal in ihrem Leben Seder Pesach feiere. Diese Ida, wahrscheinlich klingt das auch bekannt für sie. Ja, unsere Generation hat die Möglichkeit, das Jüdentum auszuüben, jüdisch zu sein, in der Öffentlichkeit und privat. Tradition neu zu entdecken, zu entwickeln, zu erleben, zu erfinden und dann das zurück zu Generationen unserer Eltern zu bringen. Ich finde das sehr bedeutungsvoll. Und sehr oft als Kantorin in Braunschweig fühle ich mich auch als Teil von dieser Kette, weil sehr viele Mitglieder in meiner Gemeinde kommen aus der ehemaligen Sowjetunion. Und sie sind in dem Alter von meinen Eltern oder ein bisschen älter auch. Und zusammen lernen wir das alles. Zusammen entdecken wir das. Und zusammen finden wir auch raus, was heißt es, jüdisch zu sein? Und was heißt es, jüdisch zu leben? Vielen Dank. Ich finde es sehr interessant, dass du gerade schon genau diesen Bruch, nochmal deinen biografischen Bruch hier geschildert hast. Israel verlassen und dann ist irgendwas passiert mit deinem jüdisch Sein. Und ich glaube, das finden wir immer wieder vor. Vielleicht schaffen wir es noch, darüber ein bisschen zu sprechen. Akiva, ganz kurz einige Meilensteine deiner Biografie. Biografie, ich sagte schon, aus der strengen Orthodoxie stammt Akiva Weingarten aus New York. Dann hat er in Israel gelebt. Und dann die strenge Orthodoxie tatsächlich mit dem Umzug nach Deutschland, ausgerechnet Deutschland, Fragezeichen, verlassen. Dann hast du am Abraham-Geiger-Kolleg in Potsdam und an der Uni Potsdam jüdische Studien studiert, eine liberale chassidische Gemeinde gegründet. Du unterstützt auch Aussteiger aus der ultraorthodoxen Gemeinschaft. Wie hat sich das Judentum, das jüdische Sein tatsächlich für dich verändert, seitdem du nicht mehr ultraorthodox lebst? Was machst du nicht mehr, was du vorher gemacht hast? Oder was machst du jetzt, was du vorher nicht gemacht hast? Ich wurde neulich in einem Interview gefragt, ob es Sachen gibt, die ich vermisse von meinem alten Leben. Und ich habe gesagt, ja, natürlich. Und diese Sachen nehme ich mit. Als ich Israel verlassen habe, habe ich zu meinen Freunden gesagt, ich fühle mich nicht mehr jüdisch. Ich bin nicht mehr jüdisch und ich möchte irgendwann auch mehr jüdisch sein. erst ein bis eineinhalb Jahre später habe ich gemerkt, jüdisch sein bedeutet nicht nur Religion. Jüdisch ist viel mehr als nur eine Religion. und wenn wir uns herumschauen, sehen wir, dass die Mehrheit der Juden heute leben nicht, wo ich aufgewachsen bin. Das heißt, es muss Judentum geben, außerhalb dieser ultra-orthodoxen Welt, wo ich aufgewachsen bin. Und jetzt muss ich schauen, was bedeutet für mich, jüdisch zu sein. Ich muss jetzt ein Reset machen, ganz von Anfang, und sehen, okay, erst mal null und jetzt kann ich neu anfangen und sehen, was interessiert mich noch, was finde ich noch interessant und wo finde ich mich persönlich in all dieser Geschichte, Religion, Tradition, alles, was Judentum hat. Und als ich diesen Titel gesehen habe, von orthodox bis liberal, habe ich gesagt, das passt genau zu meinem Leben. Aber ich glaube, es gibt viel mehr im Judentum als nur von orthodox bis liberal. Weil viele Juden sind einfach Juden. Gehören nicht zu irgendwelchen Synagogen oder ich sage immer, wo sehen wir, dass Tradition viel stärker ist als Religion im Judentum. Wie viele Juden kennen oder haben gefüllte Fisch gegessen und wie viele Juden gehen in die Synagoge. Tradition, es gibt viel mehr Juden, die irgendwelche Art von traditionellem Judentum leben, obwohl sie nicht, sie sich persönlich nicht als religiös bezeichnen oder sie nicht die Religion so praktizieren, wie es in den Büchern steht. Das heißt, und im Judentum haben wir auch, das würden auch orthodoxe Juden sagen, man kann auch jüdisch sein, wenn man atheistisch ist. Man bleibt immer jüdisch. Das heißt, man kann nicht katholisch sein und atheistisch sein. Wenn ich zum Pfarrer oder Priester komme und sage, ich bin atheistisch, aber ich gehöre noch zu dir. Dann würde er Nein sagen. Nein, wenn du nicht an Jesus glaubst, dann kannst du nicht. Das ist wirklich ein gewaltiger Unterschied. Das ist sehr wahr. Man bleibt immer jüdisch, egal was man macht. In der Tat. Und jetzt müssen wir als Rabbiner, also ich spreche über mir, wie können wir Judentum immer weiterhin relevant behalten für Leute, die sagen, ich glaube nicht an Gott, ich möchte nicht ins Synago kommen, ich fühle mich aber trotzdem jüdisch und möchte ein jüdisches Leben führen, egal wie ich Judentum definiere. Interessanter Ansatz. Habt ihr mal mit der katholischen Kirche darüber debattiert? Die bräuchte, glaube ich, auch mal so einen Ansatz. Und wie macht man es? Was ist deine Zauberformel? Wie glaubst du, kannst du Menschen, es geht ja gar nicht um beeinflussen oder überzeugen, aber Anregung geben, sage ich mal. Dennoch, was gehört für dich zu einem jüdischen Leben dazu? Auch wenn man es sowieso ist, so oder so. Also in den 70er, 80er Jahren haben sie versucht, einen neuen Weg zu finden in Israel und dann gab es eine große Welle von Chazarabit Shuvah, von Rückkehr. Also wieder orthodox werden, wieder in die Religion. Genau. die Rabbine gibt es noch und ihre Art von Predigt oder was sie sagen, ist immer, ihr geht alle in die Höhle, wenn ihr nicht alle Regeln einhält. Das ist die einfache Antwort. Das ist die einfache Antwort und dann haben wir in Israel eine neue Generation von Tausenden von Menschen, die in die Synagoge gekommen sind und haben gesagt, wir müssen jetzt alle orthodox werden, wir müssen sehr streng ultraorthodox werden und was passiert mit ihren Kindern? Die sagen, nö, das möchte ich nicht. Und dann kommen sie zu uns nach Dresden und sagen, wir müssen das gesamte Judentum ablehnen, weil wir wurden von dieser Hölleidee traumatisiert und wir möchten mehr nicht jüdisch sein. Und dennoch kommen sie zu dir, du hilfst denen dabei, aber gibst denen möglicherweise auch neue Anregungen, Antworten, Fragen. Das genau sehen wir oft mit Leuten, die zu uns kommen. Die sind total traumatisiert von Judentum und die sagen, die möchten überhaupt nichts mit Judentum zu tun haben und nach ein paar Wochen, Maximum ein paar Monate sagen sie, mit so einem Judentum kann ich leben. und will es hoffentlich dann auch. Und das machen sie auch, die machen das sehr gerne. Vielen Dank. Andreas, wie ist das eigentlich, wie funktioniert auf welchen Ebene der interreligiöse Dialog, also unter diesen verschiedenen jüdischen Strömungen, du bist ja auch aktiv im, ja, es gibt ja auch zahlreiche Organisationen, World, Liberate, bla bla, Kongress und alle möglichen Vereinigungen, wo man sich dann auch trifft, aber gibt es tatsächlich auch einen Austausch zwischen den Strömungen, liberal, orthodox, progressiv, konservativ, traditionell, wie auch immer man sich jetzt betitelt? Bestimmt gibt es den, aber ich bin dafür der ungeeignetste Moderator sozusagen. Also ich denke immer, man braucht etwas, was einen in irgendeiner Form zusammenbringt. Also Anfang der 90er Jahre habe ich das mit den jüdischen Lebenswelten so gemacht. Das war eine Ausstellung hier in Berlin und Hermann Simon hat damals mal gesagt, Im Gropiusbau, ich hoffe, Sie haben sie gesehen, ist toll, gibt auch noch einen super Katalog. Eigentlich müsste man die Ausstellung Judentümer nennen. Also es gibt unterschiedliche Wege im Judentum, zum Judentum und ja, vielleicht auch aus dem Judentum heraus oder aus bestimmten Judentümern heraus. Und das ist eigentlich das, was ich immer sage. Also es gibt etwas, was bringt uns mal zusammen. Das kann Geschichte sein, das kann Kultur sein, das kann Musik sein, das kann ganz unterschiedliche Fragen sein, die einen zusammenbringen. Also wie ich jetzt gesehen habe, auch Sport, es gibt diese Makabia, das ist etwas, was mir vollkommen fremd ist. Aber es bringt am Ende Menschen zusammen, die ein gemeinsames jüdisches Interesse haben. Ob das wirklich jüdisch ist oder nicht, habe ich nicht zu beurteilen. müssen die selber empfinden. Und so, glaube ich, gibt es sozusagen Dialoge. Aber es gibt auch Personen, mit denen es schwer zu reden. Und dann, dafür sind, sagen wir mal, diese Organisationen, sowas wie eine allgemeine Rabbiner-Konferenz oder so da, dann sucht man einen runden Tisch oder dann sucht man ein Thema, zu dem man sich austauschen kann. Und dann kommt man vielleicht doch ins Gespräch. Also ich glaube, man braucht sozusagen immer etwas. Reden wir über zum Beispiel so Fragen wie, was ist das mit diesem selbstbestimmten Tod? Kann man Tod bestellen? Wird im Bundestag im Augenblick gerade diskutiert. Und da, zu solchen Fragen zum Beispiel, kann man auch sehr unterschiedliche Positionen, so wie hier jetzt auch, zusammenbringen. Und dann redet man auch miteinander. Aber einfach so auf jemanden zuzugehen, zu sagen, wir reden jetzt mal miteinander, das wird nichts. Okay. Schade eigentlich. Umso schöner, dass wir heute hier gemeinsam sind. Herr Di, nun stammst du aus den Niederlanden. Das jüdische Leben da unterscheidet sich das sehr von dem, was du so in, ich sag mal, erst mal Berlin beobachtest an jüdischem Leben. Also Amsterdam, Berlin oder Niederlande, Deutschland, ganz egal, wie du die Parallele ziehst. Ja. Das Erste ist, dass die jüdischen Gemeinschaften in den Niederlanden ganz, ganz klein sind. sind. Man denkt, dass es so 40, 50.000 Juden in den Niederlanden, die sich selbst so bestimmen, gibt. Das ist auch ein Vierter davon sind Israelis. und nur ein sehr kleines Teil davon ist an irgendeine jüdische Organisation eingebunden. Die meisten Menschen sind jüdisch, aber machen nicht so aktiv etwas damit. So ist es eine ganz kleine Gemeinde. Und was ein sehr interessanter Unterschied ist, was man hier nicht hat, ist, dass es die portugiesische jüdische Gemeinde gibt und wie es in Holland heisst, die hochdeutsche jüdische Gemeinde, so die Askenazische. Und das sind zwei Strömungen, die ab dem frühen 17. Jahrhundert in den Niederlanden gewesen sind und noch immer da sind. Und die sind auch noch immer in zwei unterschiedliche Organisationen gefasst. Es gibt dort keine Einheitsgemeinde. Es gab auch keinen Zentralrat der Juden. Nur jetzt gibt es so etwas, wo alle jüdischen Gemeinden oder Organisationen zusammen nur für politische Ziele dann als eine Sprechstimme repräsentiert. sind, dass die Regierung weiss, mit wem zu sprechen, wenn es ein jüdisches Thema gibt. Aber weiter gibt es nicht so etwas. Auf dieser Ebene ist das ziemlich gescheiden voneinander, aber natürlich gibt es viele Kontakte. Und was ich hier auch höre, wie auf dem Podium in den Niederlanden, ist in jeder Familie natürlich auch wegen dem Holocaust diese enormer Bruch gewesen, weil 75% der Juden in den Niederlanden ermordet worden sind. Nach dem Krieg musste das jüdische Leben ganz aufgebaut werden. Es gab sehr viele gemischte Ehe, wovon die Kinder in den 80er-Jahren gesucht haben, nach jüdischen Wurzeln usw. diese Entdeckungsreise, die ich selber auch gemacht habe, das ist so typisch für die niederländischen Juden. Und es gibt keine Einwanderung von russischsprachigen Juden, deshalb ist es noch immer so klein, sie sind nicht genug West gegangen. Also Sie merken, dass was für Deutschland jetzt gerade gilt, gilt dann für ein anderes Land schon gar nicht mehr. Da können Sie wieder neue Fragen stellen. Ich würde gerne wissen, Itha, was genau machst du als Rebbitzen in eurer Gemeinde in Hannover? Also ich glaube, dass die Frage ganz oft gestellt wird, was ist die Rolle der Rebbitzen, was ist sozusagen die Rolle der Frau? Und ich Position, weil im Theater hat man Rollen, im Theater hat man bestimmte Sachen, die man spielen soll. Das Leben ist ein bisschen komplizierter als das. Und ich glaube, dass die Rolle der Rebbitzen und es gibt Konferenzen von europäischen Rebbitzons, die regelmäßig stattfinden. Die Rolle der Rebbitzen hat sich sehr, sehr verändert in den letzten 50 Jahren. Die Rebbitzen ist sehr viel in den Vordergrund gerückt und nimmt eine aktive Rolle. Also der Gemeindevorsitzende Herr Fürst aus Hannover sagt immer, dass hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau. Und das ist natürlich Schwachsinn. Man steht natürlich nebeneinander und hilft sich in allen möglichen Aufgaben, die man gemeinsam erledigt. Deswegen ist es ganz unterschiedlich und ganz persönlich, wie die Rebbitzen ihre Rolle ausfüllt. Also ich habe die Gemeinde, wo wir jetzt eigentlich auch leben, in Berlin, Kai, Kahala, das ist Reul, wir haben diese Gemeinde mit aufgebaut, noch bevor mein Mann jetzt vor zehn Jahren ordiniert wurde. Das ist eigentlich ein Phänomen in Deutschland. Es ist eine junge, sehr traditionelle Gemeinde mit Familien wie uns, die sehr traditionell sind, viele Kinder haben. Also wenn man bei uns in die Gemeinde kommt, dann fliegen irgendwelche Bonbons und Windeln und Spielzeug. Es ist sehr, sehr voll mit sehr vielen Kleinkindern. Also mein ältester Sohn ist hier, die jetzt mischna auswendig auch sagen können. etwas, was jetzt eigentlich für Deutschland nicht ganz die Norm ist, noch nicht vielleicht. Und dann ist es ganz, also man schaut einfach, was wird gebraucht, was ist das, was die Menschen jetzt tatsächlich, was ist jetzt wirklich. Sie haben gerade Strom ausfallen. Nein, ich in unseren Schriften, dass es eigentlich nichts Dümmeres gibt, als eine Antwort auf eine nicht gestellte Frage. Und man schaut einfach, welche Fragen werden gestellt, welcher Bedarf existiert dort. Zum Beispiel eine Zeit lang, ich habe bei uns in der Gemeinde Geburtsvorbereitungskurse unterrichtet, wobei ich als Juristin medizinisch damals noch nicht wirklich dafür ausgebildet war, aber das ist zum Beispiel die Geburt selbst, das ist ein Thema sehr spirituell ist, das sehr viel einfach mit inneren Werten, mit innerer Verbindung von der Frau zu sich selbst zu tun hat und was einfach das Leben von, also mein Leben hat das sehr verändert und das Leben von vielen Frauen, die zu diesem Unterricht gekommen sind, das ist etwas vielleicht ein bisschen ungewöhnliches, aber das ist das Judentum, das ist, wenn man sagt, wie integrieren sie das Judentum in ihrem Leben, ich habe keine Ahnung, wie man das integriert, wie integrieren sie die Luft in ihrem Leben, das ist etwas, was einem gibt, was wirklich jeden Bereich, in jeden Bereich nicht nur einfließt, aber jeden Bereich wirklich auch darstellt, also jetzt im Moment in Hannover, mein Mann hat angefangen Unterricht für Männer zu machen, die lernen Talmud, das heißt Wisdom and Whisky, die treffen sich und lernen und verbringen tolle Zeit zusammen. Koscherer Whisky hoffe ich. Also ich bin keine Kaschrute, mein Mann ist Kaschrutexperte, es gibt sogar eine koschere App, die jetzt von Hunderten von Menschen Koschers kennen, ich mache auch Werbung ein bisschen, ich kenne mich mit Kaschrute nicht so gut aus und schon gar nicht mit Whisky, aber ich denke, jeder Whisky ist eigentlich Koscher, mit Cherry Kasks gibt es Probleme, aber soweit ich weiß, ich kenne mich auch nicht aus, weder mit Kaschrute noch Whisky. Aber das ist das, was wir machen, man schaut, wo entsteht Bedarf in der Gemeinde, wir werden jetzt in Hannover so ein Schabbat-Circle anfangen, wo Frauen am Samstagabend, am Samstagmorgen in die Synagoge kommen und vielleicht nicht unbedingt beim Gebet mitmachen möchten, weil sie keine Ahnung haben, Gebet ist etwas hochkompliziertes und dann werde ich ein Angebot an der Seite geben, wo man zum Beispiel über die Erziehung der Kinder sprechen kann, über wie man Kinder ins Bett bringt, wie man alltägliche Sachen unter den Geschwistern regelt, wie man alle möglichen Sachen macht und das ist das, was halt, man sagt, dass die Reibotin ist jemand, die nicht antwortet, wenn sie gefragt wird und etwas aber sagt, wenn sie nicht gefragt wird. Ich denke, das ist so. Umso schöner, dass du uns heute ein bisschen hier was erzählst, aber ich frage, ja, so ist es nicht. Deckel, wir hörten schon von diesem interessanten Gang vieler Israelis, die jetzt speziell nach Deutschland kommen und hier, manchmal passiert was hier mit dem Judentum. Wir haben das von Sveta gehört, bei Akiva war es eine ganz eigene Geschichte. Wie war es bei dir? Wurdest du vom Israeli zum Juden hier? Ja, ich denke, ich wurde von Juden zu, also ich komme auch aus einer orthodoxen Familie und ich bin nach Deutschland gekommen auch, um davon wegzukommen. Und es hat auch schon zehn Jahre lang geklappt, also länger als bei Akiva und irgendwann hat sich gewendet, es hat, ich glaube, Deutschland ist nicht der beste Ort, um vom Judentum zu fliehen, weil durch die Geschichte und durch die Vorstellungen der nicht-jüdischen Bevölkerung wird man auch mit dem Judischsein im Alltag konfrontiert und vor allem als Israeli wird dann sofort angenommen, dass man jüdisch ist, das muss natürlich nicht unbedingt der Fall sein und ja, das macht, das ist schon irgendwas, das man prägt, aber hier ist jüdisch jetzt nicht religiös gemeint, sondern dass man aus ein jüdisches Volk stammt. Bei uns war es so, also ich war gelegentlich in der Synagoge Frankl-Rufe, es hat auch damit zu tun, dass immer wenn meine Eltern zum Besuch waren, dann haben seine Synagoge gebraucht, der Frankl-Rufe Synagoge war einfach um die Ecke, der Schamasch der Synagoge hat den gleichen Namen wie mein Vater und damit ist das schon ein bisschen Beziehung entstanden, die Leute waren nett und einmal standen wir da Rosh Hashanah ist der Synagogendiener sozusagen, genau, danke, der Hausmeister quasi, dann standen wir da Rosh Hashanah, da gibt es ein schöner Ritus, das heißt Taschlich, das man seinen Sünden quasi im Wasser reinwirft und bei uns ist das sehr praktisch weil wir sind am Kanal, Wasser ist da, es ist ganz schön da wie eine Admiralsbrücke da ungefähr in Kreuzberg das finden das finden toll kommen viele Leute die nicht religiös sind weil sie finden das schön das so ein Ritual zu machen die auch nicht mit Gebet Ita hat richtig gesagt Gebet ist einfach sehr sehr kompliziert da muss man lernen wie man wie das ist und es ist auch sehr anders in jeder Synagoge auch wenn du was gelernt hast in der Synagoge plötzlich kommst du in der anderen und es ist ganz 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 anders manchmal auch auf eine andere Sprache und wir standen da und wir wurden plötzlich aufgefordert von der Rebizin da kommen wir wieder zur Rolle von der Rebizin die damals da war Adina Ben-Jurin heißt sie und sie hat gesagt dass wir müssen was machen wir haben so geguckt sprichst du mit uns oder gibt es jemand anderes und sie hat uns quasi in die für sie Verantwortung gestellt und durch ihre Charisma haben wir diese Aufgabe genommen wir sind an dem Abend zu Freunden eingeladen gewesen zum Rosh Hashanah zum Neujahrs Essen wir haben die Verantwortung weiter verbreitet sie haben nicht gesagt dass sie uns gesagt haben sondern uns als junge Community da haben wir das besprochen da kamen Ideen und da ging es los wir haben angefangen und die Nachfrage war da wir haben dann auf soziale Media aufgerufen wir machen Schabbat Abend Essen Potluck und die Leute kamen und so kamen immer mehr und mehr und mehr und das war dann sozusagen eine Form von Jüdischsein mit der du dich auch identifizieren konntest von Anfang an ich glaube es war auch so dass wir am Anfang sehr stark von einer Gemeinschaft damals habe ich sehr viel mit Buber beschäftigt der Philosoph und wir wollten Räume schaffen also wir haben gesagt wir gehören in keine bestimmte Richtung jetzt die Richtung ist vielleicht uns nicht so wichtig wir machen wir machen wir öffnen diesen Raum wir gucken wer kommt und dann führen wir eine Diskussion mit den Leuten die eigentlich Interesse haben und seitdem führen wir diese Diskussion weiter im Franklofer Synagoge sind eigentlich Beterinnen und Beter von allen möglichen Koloren da gibt es Reform da gibt es Konservative da gibt es Orthodox da haben wir unter der Beter Orthodoxe Rabbiner Orthodoxe Rabbinerin Konservative Rabbiner eigentlich ganz viele Rabbiner da haben wir unter der Beterin Also das was Sie heute hier sitzen befindet sich auch alles da nochmal und diese Diskussion wird immer immer weiter gefunden wir sind in einer Selbstfindungsphase und hoffentlich bleiben wir in dieser Selbstfindungsphase das ist schön schön ausgedrückt jüdische Selbstfindung im Frenkelufer wenn Sie Lust haben Ja dann würde ich ganz gerne von Svetta noch wissen Svetta kannst du uns mal ein bisschen die Facetten von Hasanut aufdrüseln was für Traditionen gibt es in jüdischen kantoralen Gesängen weil du wirklich alles mögliche studiert hast glaube ich was das betrifft um einfach dem Publikum nochmal so einen Einblick zu geben woher kommen all diese Gesänge Es ist ein Ozean von Musik und Traditionen aus der ganzen Welt überall wo Juden gelebt haben haben sie ihre eigenen Sprachen und Musiktraditionen und Gebettraditionen entwickelt und was du als Hasanutz bezeichnest Hasones auf jüdisch ist osteuropäische Art von Synagogal Gesang das haben wir auch heute beim Konzert ein bisschen dabei wir haben versucht das ist nicht das ganze Programm wir sind ein bisschen zeitlich beschränkt deswegen wir präsentieren nur ganz wenig von diesem Mosaik im Konzert aber es gibt wirklich unzahlreiche Melodien sei es osteuropäisch westeuropäisch die Tradition natürlich von deutschen Nussach also deutsche synagogale Tradition ist sehr wichtig für mich auch persönlich als Kantorin der jüdischen Gemeinde in Braunschweig es gibt chassidische Melodien es gibt zeitgenössische Gesänge aus liberaler und Reformbewegung es gibt wirklich ich habe das Glück in meiner Gemeinde ganz frei zu sein was die Musik betrifft und ich kann wirklich jede Melodie bringen sei es von Marokko oder sei es von Israel oder sei es von Osteuropa und das ist genau was mir so am Herzen liegt dass man diese Vielfältigkeit erleben und genießen kann als Beter als Vorbeterin als Künstlerin und ich muss sagen dass meine Arbeit als Kantorin und auch als Musikerin als Sängerin überschneiden sich in diesem Bereich sehr viel Eine letzte Frage Was willst du nicht vermissen im Judentum Was brauchst du wirklich als Mensch Gibt es was weiß ich Schabbat Ritual oder gibt es ein Gebet das sich selbst in der Phase bei dir immer im Kopf sozusagen und im Herzen befunden hat als du gesagt hast eigentlich willst du damit gar nichts mehr zu tun haben Das ist eine sehr gute Frage Ich glaube ich kann nicht sagen auf irgendwelche bestimmte Sachen was das genau muss ich haben oder ohne sowas kann ich nicht leben weil ich fühle manchmal Sachen die mich persönlich berühren ich sage das begeistert mich ich habe Momente im Gottesdienst Momente beim Schabbat Essen beim Singen beim Vorbereitung von Essen und dann haben wir diese besondere Verbindung zu unserer Vergangenheit weil alles was wir im Judentum haben haben wir geehrt das gehört uns wir haben das Recht und meiner Meinung nach auch eine Pflicht zu entscheiden was übernehmen wir und wie machen wir das weiter und natürlich machen wir alle auch Sachen die uns nicht besonders begeistert weil so ist es im Leben manchmal aber dieser Kern von wir behalten etwas was tausende von Jahren Tradition hat etwas was uns als riesen internationale Gruppe verbindet etwas was wir tausende von Jahren mitgenommen haben mit uns auch wenn es sehr sehr kompliziert war haben wir das behalten und ich glaube wirklich dass es eine große Schade wäre alles das zu verlieren wir sollen uns bemühen mehr zu reflektieren was bedeutet für mich jüdisch zu sein was ist mir wichtig und wir sollen immer ja wir müssen schon auf die Uhr schauen wir haben so viel im Judentum was für alle sein kann auch für Nichtjuden ja wir haben zu uns zu Schabbat kommen oft Nichtjuden unsere Türen sind immer offen und Leute außerhalb unserer Gemeinden müssten auch über Judentum etwas erfahren und sehen wie machen wir das und das ist leider der Fall in Deutschland dass die Synagogen ziemlich geschlossen sind ich fange immer meine Vorträge an und ich frage wissen sie dass sie genau wie bei den Kirchen in den Synagogen zu einem Gottesdienst kommen wenn sie möchten man muss sich manchmal anmelden wegen Sicherheit aber eigentlich sind die Synagogen offen und das liegt auch an uns wir als Juden sollen unsere Türe mehr offenen und Leute einladen und zeigen was machen wir und wir sind am Ende ganz normale Menschen das ist die gute Nachricht liebes Publikum Andreas Nachamas ist sich nicht ganz so sicher glaube ich aber das werden wir auf einem weiteren Panel irgendwann mal ausdiskutieren ich danke ich danke allen sehr für diese kurzen Blitzlichter unglaublich spannend ich weiß mit jedem von euch und Ihnen könnten wir jetzt noch viel länger sprechen die Biografien die sind spannend ich danke Andreas Nachama Swetter Kundisch Akiva Weingarten Ita Afanasew und Dekel Peres und natürlich Hettiberg für diese Reihe für den Kultursommer toll dass ihr heute alle dabei seid und dabei wart und Ihnen liebe Zuschauerinnen und Zuschauer sage ich auch danke fürs dabei sein ihre Zeit und ihre Aufmerksamkeit schönen Abend noch